Anschließend. Ja, okay. Das kannst du jetzt so, damit wir das auch reinigen. Wieder einander, so halbwegs hinkriegen. Okay. Sehr. Ja, jetzt sind wir so gut. Okay. Einen schönen, hört man mich? Ja, danke. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Mit Waldrop lernt man sprachliche Bautechniken für lichte, elegante Räume. Ein Satz, den Ann Cotton über Rosemary Waldrop verfasst hat. Rosemary Waldrop ist in den späten 50er Jahren in die USA ausgewandert und ist dort eigentlich mittlerweile eine Autorin, an der man zumindest eben in den USA, wenn man sich mit experimenteller Poesie befasst, eigentlich nicht vorbeikommt. Damit das im deutschsprachigen Raum auch so ist oder so sei, ist es ganz wichtig, dass diese Texte übersetzt werden. Und Ann Cotton und Elfriede Tschurder haben dazu beide ganz wesentlich beigetragen. Sie haben beide Rosemary Waldrop übersetzt. Und was ich erst in Vorbereitung des heutigen Abends erfahren habe, Rosemary Waldrop hat wiederum die Texte der beiden ins Englische übersetzt. Also es ist sozusagen der heutige Abend wirklich auf mehreren Ebenen ein Abend, der sich mit verschiedenen Übersetzungsprozessen befasst. Und ich danke auch beiden ganz herzlich fürs Hiersein und auch dafür, dass sie sich bereit erklärt haben, an dem heutigen Abend auch wirklich einen dialogischen Abend gemeinsam zu entwerfen, an dem sie aus ihren jeweiligen Übersetzungen lesen werden, auch ein bisschen kommentieren werden. Und sie werden auch ein bisschen ins Gespräch kommen, zum Beispiel eben über das Thema Übersetzung, das gerade bei einer Autorin wie Waldrop natürlich auch kein ganz einfaches ist. Ann Cotton hat Pippins Tochterstaschenbuch übersetzt. Das ist noch eine etwas jüngere Übersetzung. Ein Text, in dem Waldrop sozusagen eine Reflexion ihrer eigenen Geschichte ins Zentrum setzt. Ein in kurze Abschniege gliederter Text, aus dem wir auch heute eine Lesung hören werden. Und sie hat auch den bei Rough Books erschienenen etwas kleineren, zwei, also kleineren vom Umfang her, Band Rehearsing the Symptoms, das Proben der Symptome, wie gesagt, zweisprachig übersetzt. Aus dem werden Sie am Ende des Abends auch noch etwas hören. Und Elfriede Truder hat bei Edition Korrespondenzen erschienen, den Band ins abstrakte Treiben übersetzt. Oder er ist dort erschienen. Sie hat den gemeinsam mit Geoff House übersetzt. Ein Band, der sich mit Tendenzen des Abstrahierens, der Abtraktion in Bezahlsystemen, aber auch in der Malerei befasst. Also die Texte sind auch relativ unterschiedlich. Und so werden wir hoffentlich ein bisschen einen Überblick auch durch die verschiedenen Stimmen von Waldrop sozusagen hören. Vielen Dank nochmal an euch beide für die Vorbereitung und natürlich die Übersetzungen. Die Bücher erhalten Sie dann auch natürlich am Büchertisch und damit darf ich an euch übergeben. Ja, danke. Danke auch von mir für die Einladung in die alte Schmiede. Und ich freue mich total, wenn sich die Beschäftigung mit Waldrop nach und nach auch im deutschsprachigen Raum vertiefen könnte. Bei mir persönlich hat es länger gedauert. Also die erste Begegnung mit Rosemary war tatsächlich, als sie Übersetzerin und Vermittlerin war und mich um Gedichte gebeten hat für eine Anthologie Ten New Poets aus Berlin. Und zu dieser Zeit habe ich ihr Übersetzungen ins Englische, meine eigenen Gedichte geliefert. Sie hat sie sozusagen noch einmal überarbeitet, dann ich noch einmal etwas auszusetzen gehabt. Und das war eben der Austausch. Ich war da komplett in meinem eigenen Zeug versponnen. Und erst eben fast zehn Jahre später bekomme ich den Auftrag vom Surkamp Verlag, dieses Buch Hanky of Pippins Dortel zu übersetzen. Für mich ist das vielleicht die erste Buchlängeübersetzung, wo ich denke, jetzt werde ich erwachsen, jetzt kann ich ein ganzes Buch übersetzen, einfach seriös gute Arbeit leisten, ohne da spinnen zu müssen. Und gleichzeitig, durch diese Ruhe, habe ich dann begonnen zu lesen, so richtig. Und ab dem Zeitpunkt hat mich Rosemarys Arbeit immer mehr zu faszinieren begonnen. Und nach und nach geht sie sozusagen auf, wie sie arbeitet, wie sie denkt. Und ich bin immer, immer mehr fasziniert von dieser dichterischen Person und von ihrem Mind und ihrer Körperlichkeit. Und habe den Eindruck, dass sie auch viele Themen vorwegnimmt, die jetzt auch sehr modisch werden. Also Embodiedness, Queerness, die Interaktion von Musik und Kognition, Logik, Mathematik und Sprache. Diese Themen durchflechten ihr ganzes Werk. Und sie hat auch in ihrer Arbeit als Verlegerin, als Übersetzerin und als Selbstdichtende eine ständig und beständig reflektierende und beständig, aber auch einfach verlässlich arbeitende Art sehr, sehr gut kombiniert. Also ich habe von dieser Beschäftigung auch sehr, sehr viel gelernt. Und irgendwas erscheint möglich, was mir vorher nie möglich erschienen ist. Um kurz etwas genauer vorzustellen, wer diese Person ist, also Rosemary Waldrop ist in Bayern, in Kitzingen geboren und lernte kurz nach dem Krieg den US-Soldaten Keith Waldrop kennen, anlässlich eines Konzerts. Also die Musik spielte in beider Leben immer eine sehr wichtige Rolle. Und sie haben sich, sie haben da englische Gedichte ins Deutsche übersetzt gemeinsam und haben sich danach immer wieder getroffen. Zum Beispiel in Marseille, in Aix-en-Provence, wo sie beide, glaube ich, ein Auslandssemester sich einrichten konnten. Und 1958 konnte Rosemary Waldrop in die USA auswandern. Sie haben geheiratet, vermutlich, wie wir alle, aus Visums gründen. Und kauften dann 1961 eine gebrauchte Druckerpresse. Und das war eben die Grundlage, der Grundstock von Burning Deck Magazine und Burning Deck Press. Und dann, also ich glaube, ein paar Jahre später begann sie, also im 1916, also Keith und Rosemary Waldrop haben gemeinsam studiert an der University of Michigan. Und Rosemary hat 1966 abgeschlossen und 1971 war die Habilitation Against Language. Und sie hat begonnen, an der Brown University in Rhode Island zu unterrichten, wo sie bis jetzt wohnt. Also Rhode Island ist der Staat, der kleinste US-amerikanische Bundesstaat und Providence ist die Stadt. Und diese Habilitation Against Language ist schon ein sehr interessantes Werk, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das geht der Frage nach, warum viele Schreibende, besonders Avantgarde-Schriftsteller nie, aus einer Unzufriedenheit mit der Sprache heraus schreiben. Also das ist die Grundthese. Also eine negative, kritische oder einfach rebellische, unzufriedene, negative Einstellung zur Sprache, die sprachlich produktiv wird. Eine Art Widerspruch oder Paradox oder merkwürdiges Verhalten. Und sie bringt da auch viel Literatur aus der Psychologie zusammen, viele verschiedene Autoren, sehr gut ausgewählt, die die Sprache reflektieren. Und das finde ich auch sehr lesenswert. Und ich werde es in den nächsten Jahren versuchen, ins Deutsche zu übersetzen, einfach um es wieder auf den Tisch zu hieven. Aber danach kann ich weitererzählen, dass sie und Keith einen Jahraufenthalt in Paris hatten, wo sie Edmond Jabez und andere Avantgarde-Schriftsteller nie in Paris kennenlernten. Jabez, glaube ich, heißt das richtig. Und durch Koinzidenzen und Zufälle hatte sie eben Jabez schon zum Übersetzen begonnen, als ein Freund von Jabez sah, dass Jabez im Regal steht und sich sehr freute und das dann vermittelte. Und das wurde dann ein jahrzehntelanges Projekt, immer wieder. Jabez ist jemand, der sehr minimalistisch schreibt, mit wenigen Worten und da sehr, sehr starke, in der Kabbalah verwurzelte Texte ausarbeitet oder zu Papier bringt. Scheinbar, der immer auch unterwegs geschrieben hat. Und Waldrop reflektiert sehr, sehr schön. Ich werde nachher ein paar Stellen vorlesen, weil sie über den Übersetzungsprozess von Jabez Dinge sagt, die generell fürs Übersetzen sehr interessant sind, wie sie mit bestimmten Phänomenen umgeht oder wie sie überhaupt das Übersetzen sieht. So weit so ein ganz grober Abriss von ihrem Lebenslauf. Sie hat im Laufe der Zeit sehr, sehr viele Bücher publiziert, eigene Texte. Und sie haben eine ganz sanfte Entwicklung. Also der erste Gedichtband ist The Aggressive Ways of the Casual Stranger. Und ich wollte daraus ein kurzes Gedicht vorlesen auf Englisch, um so einen Punkt in der Zeitlinie 1972 ist das erschienen, das ihr Lebensgefühl vielleicht in den USA ein bisschen beschreibt. Es heißt Between. I'm not quite at home on either side of the Atlantic. I'm not irritated. The fish kept me. A home makes you forget, unaware where you are, unless you think you'd like to be some other place. I can't think I'd like to be some other place. Places are much the same. Aware I'm nowhere. I stand securely in a liquid pane, touched on all sides. To change your country doesn't make you grow. A German doll into an image of America? It doesn't make you change so much. You can't remember. I remember. Things are much the same. So much the same, the differences are barbed. I tried out living at a distance, watching from a window, immobile, not all here or there, a creature with gills and lungs. I live in shallow water, but when it rains, I inherit the land. Man sieht schon, wie sie eigentlich ganz zielt, zum Beispiel Pain, da denkt man, das ist Schmerz, akustisch gesehen, aber es steht Pain, die Glasscheibe drin. Und solche Dinge, sie macht da nicht ein ganzes Gedicht draus, aber sie flicht es eben sehr sorgfältig ein. Was ich dann eben übersetzt habe, ist ein Buch, mit dem sie quasi ihre eigene Geschichte aufarbeitet und nicht nur die eigene, sondern die Verflechtungen mit der Nazi-Zeit, Fragen, die sie sich stellt über ihre Eltern und Geschwister. Und dabei gehen psychologische Fragen und historische Fragen, wie das eben so ist, über Kreuz. Und es ist eine psychoanalytische Komponente auch darin, also Leid insofern, als es eben nicht als die Antwort angesehen wird, aber dieses Niveau von Abstraktion und von Tiefenbohrung, die aus der freudischen Psychoanalyse kommen kann, ist einfach quasi selbstverständlich als Niveau dabei. Und die Methode ist ein Aneinanderreihen von verschiedenen Szenen, bei denen, ohne dass das als These ausgewiesen wird, ganz unterschiedliche Linien oder Szenen, Phänomene miteinander in Verbindung kommen, ohne dass da jetzt behauptet wird, dieses gleiche dem oder das wäre entsprechend. Und dadurch ist es möglich, eben sehr vorsichtig, aber auch sehr radikale Gedanken stattfinden zu lassen. Ich lese da einfach einen Auszug daraus zum Einstieg. Es ist unmöglich, sich nicht dafür zu interessieren. Vielleicht sage ich noch dazu, dass die Überschriften der Teile immer der Anfang von den Sätzen sind. Sagte Josef und legte seine Hand auf Frederikas Bauch, wo eine kleine Ferse, ein kleiner Ellbogen ihn ausbeulte. Draußen sank eine prächtige Frühlingssonne hinter der Stephanskirche. Die Fenster glänzten vom kürzlich gefallenen Regen, mildem, duftendem Frühlingsregen, der den ersten Pflaumen junger Triebe hervorlockte. Der Anfang des Lebens, Anfang und Wiederkehr, ein endloser Kreis. Zelle vermählt sich mit Zelle, wie die Proteine, die in der Nährlösung verschränkt sind. Wiederholung reinigt Zeit und verwandelt sie in Substanz. Die Ontogenese wiederholt die Phylogenese, das Fischstadium. Der Embryo entwickelt Kiemen, entwickelt auch Lungen. Angst der Amphibien vor seichtem Wasser. Und in ein paar Monaten, Josef wanderte zum Fenster hinüber, um seinen Visionen Raum zu geben und um einen letzten Strahl vom Auge des Osiris zu erhaschen. In ein paar Monaten eine traumatische Umwälzung, ein allgemeiner Krampf, sein erstes Gefühl einer Katastrophe. Sein Meer zieht sich zusammen und wird aus seinem Bett geschwemmt. Berge springen aus dem Boden und schieben ihn durch enge Kanäle. Flüsse verändern ihren Lauf. Er ertrinkt in Angst und Röhren. Alles ist ruiniert, die alten Spuren ausradiert. Er kommt hervor. Er ist verbannt in ein anderes Meer, das Meer der Luft. Eine Flut von Mikroben erobert das Innere seines Körpers. Er schreit. Geklapper von Stricknadeln, Fersen klicken, Parkett stöhnt. Es wird Zeit, die Kartoffel zu schälen. Armer Vater. Sein Publikum war nie so gut unterhalten wie er selbst. War er in seine Stimme im selben Maß wie in seine Ideen verliebt? Sie erhob sich zum höchsten Triller des Astralregisters. Bei bestimmten Worten wie Materie oder die Urschlange konnte er sie wie fernen Donner klingen lassen und dann schwoll sie an wie ein Erdbeben, das die Wohnung bis in seine Ecken hinein erschütterte. In ein versammeltes Publikum hätte sie Löcher gegraben. Leute wären ausgewichen. Nicht wie Mutter, sondern befremdet, wie in Angst. Man hätte das Pflaster gesehen, den Makadam mit kleinen Flecken wie Glimmer. Du bist lange nicht gekommen, Franz. Ich war beschäftigt. Mit einer anderen. Ach was. Früher bist du gekommen, ob du beschäftigt warst oder nicht. Ach was. Und unsere Oper, Oedipus rechts oder die Pest in Berlin? Naja, unsere Oper. Franz fing an zu summen. Das könnte für die Ouvertüre gehen. Erkennst du es? Bach verjazzt. Das Ende der Johannispassion. Ruhe es wohl, ruhe es wohl. In der Manier des Stravinsky. Ein wenig Synkopation. Oder wäre das vielleicht gut für den Moment, wo unser Theresias hereinkommt? Orakel, Chorale. Merkst du? Junge, Jehunge, sei mal nicht zu formal. Was du getan hast, ist ganz normal. Wir sollten Josef bitten, den Text zu schreiben. Aber das machst du doch sehr gut. Wie der Pestchoral. Der ist wirklich lustig. Das ist kein Leben, das ist nur Existenz. Aber wir brauchen ein Libretto, die gesprochenen Stellen. Wenn es sein muss, mit Astralkörpern. Wenn du mir nur eine schöne Aria schreibst, verlass dich drauf, Jocasta. Oedipus ist schon ein guter, wenn er liebt, nur seine Mutter. Alte Witz, was. Ich war auch ein bisschen überrascht. Wie wenn man die Tätowierung einer roten Rose erwartet und nur die üblichen Falten findet. Jedenfalls, das konnte ich gerade entziffern. Ich füge das Blatt bei. Schau mal, ob du vielleicht mehr aus dem Gekritzel herauslesen kannst. Diesen sich in der Unendlichkeit kreuzenden Notenlinien, dem Geflecht durchgestrichener Wörter. Eines ist komisch. Du wirst in der oberen linken Ecke Josefs Handschrift erkennen. Zersetzende Mentalität. Schwer erzifferbares Zitterlinien. Wie lange brauchte er die Saat, um zu keimen? Oder hatte er die ganze Zeit schon gesagt? Franz ist ein Jude, aber er ist in Ordnung. Er hat mir das Leben gerettet. Zersetzende Mentalität. Ich nehme an, es bezieht sich auf den Beginn. Laius trifft seinen Sohn an der Wegkreuzung und macht ihn an. Muss Vater gegen den Strich gegangen sein. Das Gras vom Blatt gebrannt. Parodie war kein Modus, den er schätzte. Vielleicht muss man ein bisschen erklären. Der Vater ist der Josef. Der Franz ist der Familienfreund, der mit dem Vater im Ersten Weltkrieg Flieger gewesen war. Und die Mutter Franziska ist sozusagen mit Josef verheiratet und beginnt eine Affäre mit Franz, sodass für die Töchter in Frage steht, wessen Tochter sie genau ist. Soweit diese Linie. Und sie fragt sich, wie man hier merkt, inwieweit Josef ihres Vaters Nazi-Verwicklung schon angelegt war oder etwas war, das in seinem Fall sich persönlich aus dieser Rivalität speiste. Also eigentlich, inwieweit er tatsächlich ideologisch Nazi war oder ob dieses Nazitum auch eine wichtige Treibkraft aus dieser persönlichen Eifersuchtsgeschichte verfahren haben konnte. Eine Frage, die nicht zu beantworten ist, aber die ganz interessant ist im Sinn der Banalität des Bösen oder dass es einen gewissen Sinn haben kann, dem Nazi-Gedankengut ernsthaften Status als Gedankengut abzusprechen, sondern eher ein Potpourri an Ressentiments aus verschiedensten Herkünften, wie auch immer. Ein paar Seiten weiter. Schostbank erhebt sich höher als jeder andere Turm der Stadt, höher als die Kirche von Roger Williams, um das Kapital seiner Besitzer gegen Naturkatastrophen zu schützen. Siehst du, wohin mich diese deutschen Erinnerungen bringen? Wilde Metaphern, Mythen. Ich vermisse Vater, der das Land mit Geistern bevölkerte, mit Hundengräbern, mit Städten von Opfern und Morden, wo Karl der Große die Sachsen besiegte, wo eine Walküre einen Hufabdruck hinterließ. Sicher habe ich Pilgerfahrten unternommen, zum Wohnhaus von Sarah Whitman, von Anne Hutchinson. Ich bin Paul Revere's Ritt nachgewandert, folgte der Spur des Skeletts im Harnisch, des Königs der Freibeuter, des Letzten der Wampanoags. Ging die Charter-Eiche besichtigen, Willis Hill, Joseph Wadworth, ein Spalt, in dem man die Hand hineinstecken kann, mit einer Pergamentrolle. Reichlich dramatisch, aber kein Vergleich mit Wotans Eiche. Wotans Eiche. Hat Vater dich, womit Andrea angesprochen ist, die eine der beiden älteren Zwillingsschwestern, hat Vater dich auch dorthin geführt? Ein dunkler Baumstumpf, der das Licht nicht anzunehmen schien. Der Wind wiederholte den Namen. Wotan, Wotan, immer denselben, flüsterte oder heulte im Sturm. Der Himmel erschien leer über dem Kloster, das Blaue ausgeronnen, als ob seine Tiefe mit dem Gott verschwunden wäre. In Trauer um den Baum, den Sankt Bonifatius, Sankt Kilian, Sankt Kolonat und Sankt Totnan gefällt haben, irische Mönche. Ich erinnere mich an den Tag, düster. Nebel kam in Fetzen und Böen herbei, wie der Rauch einer verbrannten Opferung. Vater war elkuent, seine Stimme schnitt Ebenen in die Stille. Hier hatten sie sich versammelt, die Franken und Hessen, die Männer von dem, was heute Geismar, Fritzlar, Fulda ist und auch von weiter weg aus Würzburg und Ochsenfurt, Volkach, Ebrach, Wertheim und Miltenberg, aus Karlstadt und Brückenau, Schweinfurt, Gemünden und Lohr. Gerufen von den Mönchen mit den roten Bärten, die wie so viele Banderillas die Luft voll Kreuze steckten, ihr Blut fordernd. Mönche, nach denen zum Dank für die Mühe Kirchen und Brunnen benannt wurden, Sankt Kilian in Kitzingen, die Menschen, aus den Wäldern kamen sie, aus den Hütten, Reihendörfern, Haufendörfern, über den Fluss und die Hügel herunter, mit Pferden, mit Speeren, mit Felljacken. Es war die Nacht und Nacht, die Tag und Nacht gleiche des Frühlings, Ostern, wie die Mönche sagten, Schneeflecken noch auf dem Schlamm und die ersten Schneeglöckchen, Männer und Frauen, Bronzefibeln und Zöpfe, zur Eiche gerufen, Rotans Eiche. Als sie die ganze Fläche vom Fluss bis zum Hügel gefüllt hatten, vom Fluss Fulda, der mit kleinen, harten Geräuschen an den Stein schwappte, bis an den Hügel, wo die Mönche mit ihrem Gefolge standen, als sie sich alle versammelt hatten, ritt König Pippin heran, Pippin der Kleine, seine Tochter hinter ihm. Noch hatte sie ihr Taschentuch nicht aus dem Fenster von Schloss Schwanberg fallen gelassen. Noch hatte es der Hirte Kitz nicht gefunden. Kitzingen war noch nicht erbaut, erst recht nicht der Brunnen am Markt, der nach St. Kilian benannt wurde, wegen seinem Anteil daran, die Felder, die Eiche zu fällen, dafür seine wohlverdiente Strafe empfangen zu haben, zusammen mit Bonifatius im Jahr 754. Heidnische Schwerter durch seinen Körper gebohrt und noch eins in seinem Messbuch. Pippins Helm glänzte in der Frühlingssonne, als er seinen Speer zu den Mönchen gerichtet in die Höhe hob. Gesang stieg vom Hügel auf, ein Flug offener Vokale. Zitternde Stimme des neuen Gottes, des Heilands, des Retters, des Wegs, der Wahrheit, des Lebens. Kyrie eleison, Christe eleison. Ein Haufheulen mischte sich ins Lied, als Bonifatius die Axt erhob. Die Axt traf. Schlug ein in die Eiche des Wilden, der im Himmel reitet, dessen Name der Wind übt und der Sturm ruft, der sie in die Schlacht geführt hatte mit seiner Horde beritternden Töchter. Valkyrie eleison. Die Felsen erbleichten wie Knochen. Die Menge wurde still, zog sie vom Hügel zum Fluss zurück zur Fulda, als ob diese sie vom Sakrileg davontragen könnte, ins Freie hinaus, den ganzen Weg hinunter bis zum Rhein, zum Meer, wo der Wind ungebrochen galoppierte und Wotan noch atmete. Das Singen ging weiter, schwer mit dem dumpfen Landen der Äxte, Kyrie eleison, ein Bataillon ohne schwache Flanke, Vorstöße von Kreuzen in den Himmel, wo das Weiß über das Blau gewann, wo das Weiß den grauen Ton der Asche annahm. Nur einmal gegen Ende wurde das Singen unterbrochen, als Bonifatius seine dünne Stimme erschallen ließ in einem letzten Gebet. Lass Gott sich erheben, lass seine Feinde in alle Winde zerstreut werden. Lass auch die, die ihn hassen, vor ihm fliehen. Wie Rauch vertrieben wird, so vertreibe sie. Wie Wachs vor dem Feuer schmilzt, so lass die Heillosen verenden in der Gegenwart Gottes. Die Eiche ächzte und fiel, mit einem Heulen schlimmer als jeder Sturm. Auf ihre Köpfe herniederkommend wie ein Steine regen. Das Lied schwoll siegesgewiss an, credum in unum deum. Die Mönche, gnadenlos in ihrem Triumph, stießen die Menge in den Fluss, einen nach dem anderen in die Fulda, um wiedergeboren zu werden. In einer Luft, die von Wotans Hauch gereinigt war, der nicht wiederkommen wird, dessen Dame der Wind vergessen wird. Sie zerstreuten sich über die Felder, die getauften Häupter zu Boden gesenkt, bis zum Schluss vom Credum in unum verfolgt. Das war alles inklusiv. In der Erzählung war klar, wo Vaters Sympathien lagen. Wenn er mit dir hinging, ließest du wahrscheinlich nicht zu, dass er sich so in Rage redete. Du warst ja auf der Seite von Kilian und Bonifatius. Du branntest für den einen Gott, der Vater so eine Verarmung schien. Du hast deine Stimme abgenutzt und deinen Körper erschöpft im Versuch, ihn genug zu loben. Du warst fanatisch. Mit getreuer Grausamkeit hättest auch du die Axt in die Hand genommen und losgehauen, bis du nicht mehr konntest. Mit einer gewaltvoller Kälte und Unschuld. Mit einer krampfartigen Leidenschaft, die nur ihre eigene Bewegung kennt. All dies stieg in mir wieder auf, Andrea, bei einem Konzert in Hartford. Einer meiner besten. Ich begann mit Bach und endete mit Stockhausens Klavierstück 9, äh, 11. Der Weg ging über Mozart und Bartok. Keine Romantiker, nach wie vor. Bob war mit einer Seltenheit und las in der örtlichen Chronik. Dr. Samuel Willis war damit beschäftigt, den Wald rund um sein Siedlergehöft in Hartford zu räumen. Er hatte das zukünftige Versteck der Charter, der Verfassung von Connecticut, zusammen mit den anderen Bäumen für die Vernichtung vorgesehen. Aber die Wilden, die in der Gegend hausten, baten ihn so ernsthaft darum, die Eiche zu verschonen. Und wissend, mit wem sie es zu tun hatten, begründeten sie dies damit, dass ihre ersten Blätter seit Urzeiten für sie das Signal gewesen waren, mit der Maissaat zu beginnen. Praktisch, die Gezeiten der Bäume. Jedenfalls hier sitze ich, und nur weil ich nichts Bestimmtes vorhabe, bemerke ich die Bewegung, die sich am Himmel zusammenbraut, aber auch die Partikel von Teer und Russ und Auspuff, mit denen die Stadt sich auf die Schlacht vorbereitet, im Aufstand noch Tochter der Luft. Wenn ich nichts Bestimmtes sage, heißt es nicht, dass ich aufhöre, dir zu schreiben. Aber schreiben ist anders, als auf einen Bus zu warten, eine Marinade anzurichten oder Tonleitern zu üben. Es gleicht auch nicht dem Versuch, Schumann zu erobern. Der Lauf dieser Sätze scheint nicht vorwärts zu gehen, um eine Geschichte zu entwickeln, sondern in die Tiefe. Sie tasten sich in Löcher und Spalten hinein, graben nach Wurzeln, klopfen die Wände ab. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, dass dies hier nur dann nach einer Geschichte zu klingen beginnt, wenn ich etwas wiederhole, was mir Vater erzählt hat, wenn eine fremde Linse schon die unendliche Zahl der Möglichkeiten geschmälert, die Töne zu linearen Flächen und Projektionen zusammengefädelt hat. Wenn hingegen ich ein Stück Vergangenheit finde und daran festhalte, schlüpft ein anderer Teil davon. Wie dieser Sturm, der scheinbar nicht losbrechen will. Wotan hält seine Wut zurück, aber fährt fort, seinen Gegner zu beunruhigen. Die Wolken versammeln sich weiter, mit Schatten in allen Intensitäten, von zartem Grau bis in ein tiefes Schwarz hinein, das die innersten Höhlen anzeichnet. Das Ganze getränkt mit einem kupferhaften Glühen, während der Donner in immer größerer Entfernung grollt. Soweit aus Pippins Tochter's Taschentuch. Ich denke, man sah gut, wie sie sich bewegt von Gegenwart und Vergangenheit usw. Und als nächstes wird Elfriede Tschurda etwas vorstellen von dem Buch, das sie übersetzt hat. Ja, und ich greife dann noch einmal kurz auf, einen Hinweis zu Chabès, der dann nachher sicher auch noch einmal etwas interessanter wird in der Diskussion, wenn wir sprechen über die Sprache von Amerika. Chabès war nämlich ein jüdischer, frankophoner Ägypter. Ja, also ein jüdischer, frankophoner Ägypter. Er lebte in Ägypten und er musste fliehen während der Suezkrise. Da ist er dann wegen seiner Frankophonie, die er ja schon sozusagen dann mitbringen konnte, nach Paris gegangen. Und was du erwähnt hast, also was ich glaube ich auch dann im Übersetzungsbereich ganz wichtig ist und was jetzt auch sozusagen in meinem Text, über den ich gleich ein bisschen sprechen werde, hineinspricht, das ist, dass er also kein religiöser Jude war, solange er in Ägypten gelebt hat. Und wie er aber nach Frankreich gegangen ist, hat er begonnen, sich mit diesen jüdischen Traditionen der Mishnah, der Kabbalah und ähnlicher, sozusagen teilweise auch mystischer Traditionen zu befassen. Und Kabbalah, das ist ja sozusagen etwas ganz landläufig Bekanntes, das ist also sozusagen eine Bezifferung, die dann sozusagen die Regionen des irdischen bis zum himmlischen Leben abstuft und dann sozusagen in Wahrsagungen und so weiter eine Rolle spielt. Und mir ist das jetzt nur wieder eingefallen, weil in dem Buch, das ich übersetzt habe mit Jeff House zusammen, da kommt eben Leibniz auch vor mit der Null und der Eins, also der sozusagen der Erfinder des binären Zählens ist. Und was sozusagen die beiden vergleichbar vielleicht macht bis zu einem gewissen Grad, das ist, dass der Leibniz natürlich seine binäre Entdeckung dazu benutzt hat, sozusagen Mathematik daraus zu machen. und entdeckt hat, dass sie eigentlich, er war ein ganz großer Fan von dem Yijing, von dieser chinesischen Form des Welterklärens in sechs mal sechs Feldern, aus denen man sozusagen Voraussagen gemacht hat für das persönliche Schicksal, für die Entwicklung des Landes und so weiter. Und diese Umsetzung jeweils, also von Chabès in sozusagen eine doch säkularere Welt, in der er zu leben vorhatte, die ist eben sozusagen so ein kleines Parallel zu dieser Leibniz-Begeisterung für das Yijing und die Umsetzung, also daraus dann auf die Idee zu kommen, dass es sozusagen diese binäre Schrift gibt, mit der man mathematisch Unerhörtes machen kann. Und da komme ich dann auch schon zum Text von Rosmarie Waltrop, dieses String to Abstraction. Es ist so, dass ich lange Zeit, also als Anne gesagt hat, sie wollte sozusagen auch zum Text etwas sagen und nicht nur den Text lesen, und da habe ich überlegt, was hat mich denn eigentlich, mich driven to Abstraction, also mich diesem relativ abstrakten Text von Rosmarie Waltrop zuzuwenden. Und das ist mir jetzt erst vor zwei Tagen eingefallen, Ich habe 1911, glaube ich, bei Edition Korrespondenz ein Buch herausgebracht, das heißt Dunkelziffer und es beschäftigt sich ausschließlich mit Zahlen und Konfigurationen aller Art, die in unterschiedlichste Formen von Poesie umgesetzt werden. Und wenn man, das werden Sie gleich jetzt hören, den Beginn anschaut, dann beginnt es sozusagen mit der Null, also der Text beginnt mit der Null, das ist sozusagen die Position, die gesetzt wird und die gleichzeitig die Leere ist und das Nichts, also auch wieder sozusagen in abstraktere oder philosophische Ebenen sich bewegt. und gleichzeitig ist es so, dass dann, also es kommt dann die Eins, taucht irgendwie auf und dann taucht eben die Eins und die Null auf, zu der es Texte gibt. Und das Binäre ist ja eigentlich schon die Basis dessen, dass man sozusagen jetzt alle Welt verkürzt gesagt in den Ziffern Eins und Null schreiben kann. Man kann alles in Nullen und Einsen umwandeln und ist dann wirklich sozusagen im Äußerst Abstrakten gelandet und bei Rosemary Waldrop finde ich das eben insofern auch so interessant, weil es kommt eben dann zum Beispiel, also in der Malerei, wo dieser Goldgrund in der Gotik eben Goldgrund ist, den man aber dann sozusagen abschafft, weil man findet, also das ist sozusagen in einer Weise zu fordernd auch, das sozusagen solche Tafeln herzustellen und diesen Hintergrund mit Weiß zu ersetzen in Zukunft. Und da geht es sozusagen durch Maler, durch die Perspektiven, durch Fluchtpunkte und so weiter, das werden Sie gleich konkreter hören. Und die Tendenz des ganzen Textes ist eben sozusagen alle Punkte, die sie ansetzt, ins Abstrakte zu führen, also sozusagen auch jetzt von diesen Gebieten her, in denen sie schreibt, also das Gold wird eben dann zu Papiergeld und so weiter, das hören Sie auch gleich im Detail. oder eben diese Fluchtpunkte, die weiten sich eben auch aus in einer Weise, wo man einerseits ins Religiöse sticht, also mit dem Nicht und was gibt es in Nichts, kann es dann was geben, wenn nur nichts ist und so weiter und zugleich. Aber sozusagen zu dieser Entwertung alles Materiellen führt, also das kommt dann eben in diesem wunderbaren Kapitel, wo von Gold, von der Münze, man nach und nach übergeht zum Papiergeld. Und das will ich jetzt nicht voraus schon verraten, sondern ich fange jetzt an, den Text zu lesen und lese einfach mal, ich schaue mal, wie weit ich komme. Also ins Abstrakte treiben heißt der Text, O Mathematiker werft Licht auf Irrtümer dieser Art. Der Geist hat keine Stimme, denn da, wo Stimme ist, da ist Körper, hat Leonardo da Vinci geäußert. Die Null oder Standard bei Eröffnung. Dich einzusetzen, Worte mit Wörtern zu besprechen, so verschränkt wie reibende Finger mit Fingern. Frag, wie zu unterscheiden, welche Wörter ätzen und welche das Ätzen vergrätzen. Wohin gegen gestreckte Schultern, angespannte Brustmuskeln. Es war das Zählen, will sagen, primitive semiotische Aktivität. Viel später ein Zeichen verbunden mit Nichts, will sagen, die Leere, will sagen, ein Ort, wo kein Ding ist, will sagen, systematische Mehrdeutigkeit. Zwischen fehlenden Ding und fehlenden Zeichen eine Strecke zu reißen. Und dazu ein Zauberspruch gegen den bösen Blick. Die Finger der rechten Hand wandern über die Scham und die Finger der linken betasten die Brustwarzen. Unwahrscheinlich, unerwartet, denkanregender Stoff. Die Idee des Nichts. Setz dich daneben. Setz dich neben Sokrates, der behauptete, er erkenne es. Setz dich neben Bezeichnendes. Nichts oder bloß Ding, ein Wirrwarr, Zyklop, einäugig, Null. Die Nachbarn sagen, was für ein schönes Kind. Und jetzt ist Zeit für einen Blick auf die Malerei, deren Punkt geflüchtet ist. Und Geld nicht mehr eine Münze zum in den Mund stecken und draufbeißen. Willkommen das Abstrakte samt seiner Beklemmung. Genau dort, wo die wichtigen Dinge geschehen. Die Erfahrung ist bloß zum Jux. Dies siehst du im Fernsehen. Ein Zeichen für Abwesenheit. Tritt ein in die Frage des Ursprungs und beherrscht Beziehungen. Gemacht von einem, der zählt, einem, der sieht, einem, der kauft und verkauft. In körperlicher Verwechslung und wiederum weggenommen, ein Zeichen, Überzeichen, sozusagen genutzt als Seis. Eine Zahl unter Zahlen, noch ein Ort innerhalb eines Gemäldes, nicht eingebildetes Geld, sondern einfach mehr. Der unersättliche Hunger in meinem Körper, roter Abendhimmel, leuchtet in den Fenstern. Denn du redest von nichts, von dem, was nicht ist. Riskierst Blasphemie. Nur Gott kann aus nichts erschaffen. Aber brauchte er die Leere auf, sodass danach nichts aus nichts kommen wird? Mein Blut kocht in der Sonne. Dann also brauchen wir die Variable, die die Algebra erfindet, die multiple Perspektive, das selbstreflexive Bild, Autobiografie und Papiergeld. Und in der Nacht erheben sich Berge wie ein Traum, den ein Traum träumt. Jetzt sind die Null und die Eins unser Geld. Wir haben die Bäume eingetauscht, die Blätter, die fallen und aufwirbeln und nachwachsen, den jährlichen Zyklus. Für einen Schatten von Schatten. Einen winzigen elektrischen Blitz. Dann klären sich unsere Augen und die innere Leere ist dieselbe wie die äußere Leere und das Glas ist transparent. Zwei. Der eine, der kauft und verkauft. Na Moment. Der eine, der zählt. Der eine, der malt. Der kauft und verkauft. Null zersetzende Zahl. Unmöglich, ohne die Idee des Zählens, sich Zahlen vorzustellen. Denselben Akt wiederholen, ein bestimmtes Merkmal wieder und wieder. Wie Sprachen, die durch Wiederholen der Einzahl eine Mehrzahl ausdrücken. Oder ein Mann mit einer Frau und noch einer und einer dritten, einer vierten. Und so weiter verlängert seine Schatten, seine mathematischen Imperativ, die Idee, die unaufhörlich, eine Kette von Perlen, von Narheiten, von Teilchen, elementar, solange der Impuls null als Spur von einem, der zählt, unter dem Bann ist. Von Frauen, nackt, endlose Abfolgen, irre Möglichkeiten, Abkömmlinge. Ich grabe ein Loch, sagt er, und dann noch eins und fülle es mit Erde, die ich aus dem ersten Loch genommen habe. Ein Zahlensystem bindet stattdessen einen Knoten um nichts. Aus Abkürzungen, syntaktischen und grammatischen Konventionen. Konventionen, Stadt, Kerbe, Kreidestrich oder Kiesel. Anstatt des, du sollst dir kein Bild machen, kein Abbild von etwas, keinen Katalog der Schiffe, keine Liste der Kriege. Stell dir vor, du zählst Leere. Furchtlos quert das Bergvolk den Abgrund auf einer hinfälligen Brücke. Besingere die Lücke am Abakus. Hat keinen Wert, aber färbt das, was um sie herum ist, wie eine Vorahnung. Stupst andere Zahlen an ihren Platz, Quelle und Ausgangspunkt. Präzedenzlose Position, quasi auf der Welt sein, ohne geboren zu sein. Sobald wir einmal von der Frucht gegessen haben, können wir nicht sein, wie einer, der nicht hat. Können nicht die Frucht erbrechen und den Ochsen schlachten, der das Wasser trank, das das Feuer löschte, das den Stock verbrannte, der den Hund schlug, der die Katze biss, die die Schlange fraß, die die Koordinaten kreuzte. Fluchtpunkt gehe ich jetzt ein bisschen drüber hinweg, weil der ist etwas kompliziert, weil da wird von einem konkreten Bild von Wermär gesprochen. Und wenn man das Bild nicht projizieren kann, ist das zu schwierig, es nur so zu lesen. Also ich setze da ein, was ich zu spüren versuche, ist, wie dieser Punkt auf der Flucht auf die anderen Punkte einwirkt. Das Knarren des Wetterhahns hoch oben auf der Kirchturmspitze spüren, das ich nicht hören kann. Spüren, wie der Platz zwischen deinem und meinem Körper verdrängt wird, bis meine Brustwarze hart gegen deine Brust presst. Ein flacher Spiegel wird dem Baptisterium in Florenz vorgehalten und die verschiedenen Linien tasten nach Übereinstimmung, einem Druckbild der Wahrheit. Und aus der Tür tretend eine Figur abgesondert und zu einem schlüssigen Bild organisiert, kann ich in den Spiegel schlüpfen, den Blickpunkt des Malers. So schaue ich leibhaftig und kann nicht meine Hand auf deinen Bauch legen, denn der Blick wird aus dem Körper herausgezogen, durch den zentrischen Seestrahl, die ganze Strecke bis zu dem unbedingten Versprechen des Horizonts und glänzt blau wie ein Demonstrativpronomen. Die Erfindung der Unendlichkeit, wenn Null eine Stelle dessen, der zählt, kennzeichnet, dann die Perspektive, den Ort dessen, der sieht, der seinen Schatten wirft, dessen Seele die Flucht ergreift mit dem Punkt, dem Blick, dem Anker, dem Fluchtpunkt. Eher wie im Tod, denn wie ein Vogel. Und aus der Ferne zuschaut, wie der äußere Schein sein Gewicht verliert, so wie eine Flamme hinauffleckt, um eine andere Flamme zu berühren. Und ein Alarm geht los und seine Seele kehrt mit erhöhter Temperatur und einer Prise Skepsis in seinen Körper zurück. Da springe ich jetzt wieder über diese Bildbeschreibungen. Also jetzt setze ich noch mal kurz ein bei diesen gotischen Bildern, also die diesen Goldgrund haben. Das Bildzeichen Gottes nannte man so ein Porträt. gleichkommend dem Blick, der niemals aufhöret. Gerade so wie das Gold im Heiligenschein. Kostbar und unveränderlich, wie er selbst seine Gegenwart beherbergen können, ohne seine Transzendenz aufzuheben. Und verstündest du, wärest du erlöst vom angeborenen Tod. Alberti aber fordert in seiner Abhandlung über Malerei, Gold abzulehnen zugunsten von Weiß, um die Struktur der Heiligkeit zu zeigen. Weiß zugleich Farbe und Abwesenheit von Farbe tut für Gottes Gegenwart, was der Fluchtpunkt tut für sein Abbild, den Künstler, und dein Gedächtnis für sein Abbild, deine Frau. Bankgeld. Gibt es ein Maß auf Erden? Gold wurde dafür gehalten. Standard, an dem zu messen war. Nicht eine Farbe, die im Dunkel verschwindet. Unverändert, während sie den Ochsen ersetzt, den Leibbrot, die Bohne. Kein Preissystem hält das Licht auf einem Gesicht zurück. Nicht einmal in der Erinnerung. Obwohl das Gold der Sonne den Saft beschleunigt, der in den Blättern kreist, und einen Holztisch riechen lässt nach Wald und erinnert an stoßweises Schluchzen und Butter im Mund schmilzt. Gold war kostbar, noch ehe ein Fürst sein Antlitz drauf prägte und kehrt zudem zurück, was es war. Was also fügt der Akt des Bezeichnens hinzu? Einen Grad von Abstraktion höher, wie die menschliche Seele angeblich mit dem Geist eines Tieres in die Welt schlüpft, aber durch die Majestät des offenbarten Wortes greift nach Hochtroben. Die Sphäre der Nichtigkeit, der alle Welten entspringen, ist doch immer unser Hintern, auf dem wir sitzen. Zeit bewegt sich durch Materie und Materie zerfällt. Der Rand des Blattes kräuselt sich und vergilbt, die Haut erschlafft, eine Kluft bildet sich zwischen gutem Geld, der reinen Emission des Staates und den abgenutzten oder betrügerisch verschnittenen Münzen in Umlauf. Zwischen barer Münze und einem erinnerten Gesicht bar aller Umrisse noch etwas toter. Wegen dieses Spalz entstand eine neue Form von Geld in den Renaissance-Staaten mit internationalem Handel, wie Venedig und Amsterdam. Nicht Währung im alten Sinn, sondern ein Versprechen der Zeiterstreckung, imaginäre Münze, ein Unterschied zwischen ist und meint, der Religionskriege wert ist. Sein globaler Wert, ein fixes Gewicht, Gold oder Silber und lokal eine variable Summe, Goldgeld im Austausch dafür. Bankgeld genauer im Standard von Groschen, von Grips und damit ein neuer Typus von Transaktion, Geld gekauft und verkauft, mit sich selbst in Beziehung tretend, als ob auch es den Spiegel einsetzen könnte, aber ohne Spiegelung oder Licht, das sich darin sammelt, ohne den Glanz eines Apfels vor den dunkleren Blättern, ohne Halt den Gefühlen. Und jetzt schaue ich noch, dass ich zu diesem letzten Teil hier komme. Was ist aus dem Subjekt geworden? Ja, das kommt hier. Das ist ein kleiner Absatz, der noch kommt. Anna, das Tolle ist hier, finde ich, dass sie, man kann manchmal abdriften, aber eigentlich ist man immer mit ihr dabei, mit dem ganzen Körper, finde ich, beim Lesen. Wenn man es nicht ist, dann kommt man auch nicht mit, aber sie setzt voraus, glaube ich, weil sie selber auch immer total dabei ist, dass man als Leserin auch total dabei ist und diese Sachen alle mitmacht. Ja. Und dann geht es auch auf. Ja, eben, wenn man es liest und sozusagen mitdenkt, wenn man die Zeit hat zum Mitdenken und zum Umsetzen, was da sozusagen sprachlich passiert, dann geht es durchaus auf. Und es gibt eben so eine nette Passage noch, vielleicht finde ich, die, bevor wir dann zum nächsten übergehen, wo vom Papiergeld eben die Rede ist. Ich habe es noch, es musste hier jetzt sagen wir mehr, nein. Und sonst, wenn ich es jetzt nicht im nächsten schon Kapitel erst nicht entdecke, dann ist es Papiergeld. Bankgeld, das hatten wir schon, aber das ist jetzt hier abgewandelt. Also jetzt hat ein Amerikaner dann das Papiergeld erfunden, das sage ich jetzt nur als Übergang. Papiergeld, ein Skandal, schlimmer als sich auszuziehen. Wer könnte einfach seinen Körper ausziehen, vergessen, dass er ihn braucht, bloßes Schreiben bis ins Geldwesen zu erstrecken, das an sich schon eine schwer zu verstehende Sprache ist und willkürlich hergestellt, selbst gezeugt, ohne im Voraus nötigen Wohlstand. Fliegend, sagen die Chinesen, fliegendes Geld taucht aus dem Nirgendwo auf, ist ahnungslos ausgegeben, behält nichts. Bis zu dieser Stelle wollte ich kommen jetzt. Und dann machen wir, glaube ich, weiter mit Deinem. Ja, als nächstes wollten wir vorstellen, ein Buch, das, glaube ich, in der Übersetzung von Elke Erb auch auf Deutsch vorhanden ist. Von Elke Erb und Marianne Frisch zusammen. Die haben das zusammen übersetzt, ja. Und, also ich habe jetzt nur die englische Ausgabe dabei, aber es ist ein ganz besonderes Werk, weil Rosemary Walsh hat sich darin mit einem, mit dem, mit der ersten Sprachfibel oder Sprach, Sprachlehrbuch einer indigenen Sprache der USA auseinandergesetzt hat. Und zwar von dem Pastor Roger Williams, der schon in Pippin kurz vorkam. Und den stellt sie in der Einleitung kurz vor. Also ich lese das lieber in Rosemary Waldrop's Worten vor, als das selbst zu. Geht das mit dem englischen, oder soll ich das deutsche? Also ich setze ein mit einem Zitat von Roger Williams. Man kann übrigens das Original auf archive.org auch lesen von Roger Williams aus von 16, Mitte des 17. Jahrhunderts. I confess to have most of these their customs by their own relation, for after once being in their houses and beholding what their worship was, I durst never be an eyewitness spectator or looker-on, lest I should have been partaker of Satan's inventions and warships, contrary to Ephes 5.11. So schreibt Roger Williams. Und man sieht daran gleichzeitig, dass er die ganze Zeit ein gläubiger Missionar war, das vielleicht ernster genommen hat als sonst welche. Und genau deswegen aber auch die Religion der Indigenen ernst genommen hat, so ernst, dass er auch Angst davor hatte, dem beizuwohnen aus religiösen Gründen. Rosemary Waldrop schreibt, Williams was all the more impressed with the Indians' conduct, which seemed to put the Christians to shame and without the help of divine grace. For if he was uneasy about the Indian religion, he was indignant about much of what the colonists were doing. The key is written for them, for his compatriots, who immediately misunderstood its intention. They regarded it as a factual handbook of great practical use to traders, missionaries, and settlers. As John J. Tunison and Evelyn J. Hintz say in their introduction to the 1973 reprint edition, since the conversion of the Indian and trade with him were the ostensible reasons for colonization advanced by all parties and since the granting of the charter for the Providence plantations coincided with the publication of a key, it was only natural for both Williams' supporters and opponents to treat the book as evidence of his success as a colonial agent. But the original book was not written as a handbook for successful colonization. It was written not only to teach a language but also to teach a lesson. Each chapter moves through three stages, through phrase lists and anthropological observations, which often contain ironical comments on the supposedly superior Europeans, to a final moralizing poem. The poem is always introduced with the words more particular, marking the importance of the lesson over the factual information preceding it. In these poems, the Indians serve as a mirror held up to the Christians. The courteous pageant shall condemn uncourteous Englishmen who live like foxes, bears and wolves or lion in his den. Let none sing blessing to their souls for that they courteous are. The wild barbarians with no more than nature go so far. If nature's sons both wild and tame, humane and courteous be, how ill becomes it sons of God to want humanity. Williams the Christian is amazed that the Indians tended to behave better than their Christian counterparts and that with only nature's teaching. One could draw different conclusions from this, but Roger Williams saw the opportunity for a lesson. The lesson was moral and spiritual, it was also political. He writes, The natives are very exact and punctual in the bounds of their lands and I have known them make bargain and sale amongst themselves for a small piece or quantity of ground. Notwithstanding a sinful opinion among many that Christians have right to heathens' lands, but of the delusion of that phrase I have spoke in a discourse. The discourse referred to was a treatise written in 1632 which argued that a royal patent did not entitle English colonists to Indian land, that such land had to be purchased from the natives themselves, that it was in fact sinful of both the crown and the colonists to usurp land from the natives. One argument of particular interest reported by the Puritan clergyman John Cotton is Williams' attack on the doctrine of vacuum domicilium, the doctrine that the colonists were entitled to the land because the Indians were not making full use of it. Williams observed that while it was true that the natives cultivated only a small portion of their land, they used all of it for hunting and for this purpose regularly burned the underbrush. As Neil Salisbury points out in his book Manitou and Providence, this is an argument based not on some abstractions of international law but on direct ethnographic observation. Williams recognized that Indian hunting and burning were not random activities but systematic rational uses of land in the same sense that cultivation was for Europeans. Roger Williams had already attacked the basis of the Puritan theocracy of Massachusetts Bay Colony by advocating the separation of church and state. He held that the civil power of a state could properly have no jurisdiction over the consciences of men and that an oath could not be administered to an unregenerate man, oaths being a form of worship. Challenging the colonists' title to the land was the last straw. Moreover, as Perry Miller writes, he thus threatened the very basis of society at a moment when the possibility of an Anglican invasion to revoke the Massachusetts charter and to reduce Massachusetts to conformity with England was real, so that Williams seemed to be playing into the hands of the enemy. Hence, Miller continues, the state dealt with him as any state must deal with such agitators. The statesman who exiled him never repented. So kam es, dass Roger Williams ins Exil nach Providence geschickt wurde und dort hat er eigentlich weiter die Kontakte mit den ansässigen in der Gansett gepflegt. Rosemarie schreibt, I live in Roger Williams' territory. By coincidence in marriage I share his initials, I share his ambivalence. In 1635, Roger Williams found the Narragansetts at the height of their power in a strong, if not dominant, intertribal position. They had not been decimated by the smallpox epidemic of 1616 to 19 and according to estimates numbered some 30,000. For a while, Williams was able to arbitrate between them and the colonists. He was able to induce the Narragansetts to ally themselves with the English against the Pecots. But he was traveling to England, ironically, to secure a charter for Rhode Island when the Narragansetts lost their fight with the Mohicans. The Narragansetts sachem, Miantonomi, who had called for the tribes to unite in common cause against the English, was captured, turned over to the commissioners of the United Colonies and executed at their behest by the Mohican chief of Oncas. Roger Williams was there but unable to arbitrate when another Narragansetts sachem, metacomet, or King Philip rose up against the English in 1675. Williams saw the Narragansetts defeated in the great swamp fight. King Philip's head hung up as a public display in Boston. The Narragansett tribe devastated and most of them indentured into service in colonial homes. Indenture was better than being sold into slavery but it helped erode Indian costumes and by the middle of the 18th century the Indians were dressing in European style. By 1800 the Narragansett language was dead except in place names. We have come full circle, schreibt Roger. Now Roger Williams' book is for the Indians and for me. Besides giving me a glimpse of a vanished language and culture a key is giving me this form of this work. And then sieht man wie sie eben tatsächlich diese Form nachahmt. Wie sie erklärt jetzt was sie macht. In parallel to Roger Williams' anthropological passages the initial prose section of each of my chapters tries to get at the clash of Indian and European cultures by a violent collage of phrases from Williams with elements from anywhere in my western heritage. I try to enact the confrontation of the two cultures by juxtapositions often within a single sentence. Roger Williams' voice will be recognized by its archaic syntax and vocabulary printed in boldface. There is also an additional tension between the values of the 17th century settlers, saints, pilgrims and my own which are not only secular but also informed by 20th century hindsight as to the long range destruction inherent in the settlers' struggle to survive. To reinforce the theme of conquest and gender every chapter adds a narrative section in intellects in the voice of a young woman ambivalent about her sex and position among the conquerors. Every chapter also has its word list and final poem. These play across both themes. All in all my book could be called an immigrant's take on the heritage and complex early history of my adopted country or perhaps a dive into the waters of the Mosop and Patuxet rivers of Mishno Kninigret, Parquiset, Wachauk, Westquagge and Yawguk Pond. Was vielleicht noch kurz erwähnenswert ist, ist vor vier, fünf Jahren oder 2014 glaube ich ist schon erschienen eine Anthologie von experimenteller amerikanischer indigener Literatur oder Poesie, die mich sehr beeindruckt hat, herausgegeben von Heidi Erdrich, die auch deutsche Wurzeln hat und auch Mitglied von mehreren Stämmen ist. Und was mich da beeindruckt hat, war, dass das, was Rosemary Waldrop aus ihrer Immigrantinnensicht gemacht hat, jetzt glaube ich zunehmend, also durch die Verbreitung des Zugangs zu experimenteller Poesie in den USA auch eine Möglichkeit ist für Mitglieder dieser verschiedenen indigenen Gruppen, die selbst oft ihre Sprache verloren haben oder sie erst zurückgewinnen müssen, indem sie selbst als Erwachsene lernen, dass sie mit den Mitteln des experimentellen Schreibens sich mit diesen sprachlichen Interfaces auseinandersetzen, was ich sehr interessant finde. Jedes Mal ist das Experiment etwas anderes. Für uns finde ich, aus Wiener Sicht ist das ein total wichtiger Punkt, weil es zeigt, wie experimentelle Poesie nicht eine Sache ist oder nicht eine Bewegung, Avantgarde Bewegung oder so etwas, sondern sich in jedem Fall als etwas Neues zeigt, als Methode oder als Interface finde ich. Also mich hat das jedenfalls sehr beeindruckt in diesen vielen Fällen, wo diese konkrete Geschichte mit Hilfe von Sprachexperimenten Formen findet. Aber jetzt hören wir in deiner Übersetzung etwas aus den Übersetzungen, wo sie sozusagen Wörter aufgenommen hat, aus diesem indigenen Wörterbuch und daraus Gedichte gemacht hat. Wir lesen jede einige wenige von den Jahreszeiten. Sie haben 13 Monate und geben sich damit zufrieden. Den Mut Organe wachsen zu lassen, in Erwiderung auf Mangel, in der Art wie eine Giraffe ihren Hals streckt, Überlegenheit zu ersteigen, können Jahreszeiten den Tag um die Sonne zwingen, ist dort kein Ende von Schwelle oder Häutung. Die Hauptschwierigkeit mit der großen Linie der Natur ergibt handgehaltene Belichtungen wie Taschekau Tummo Wie viel Jahr seit fatalem Ausdruck, seit Semantik, seit Einfluss. Und die zwei Wörter darunter sind Aus und Ein. Auf Englisch Able und Inge Ja. Dann, ich glaube, wir machen jetzt diese ganz abgekürzten oder diesen Text auch dazu jeweils noch ein. Ich würde eine Sequenz mal durchlesen, damit wir das im Flow haben. Ja, okay. Also wurde zum Schlafen auf den Balkon verwiesen. Ah, jetzt brauche ich andere Brille. Wurde zum Schlaf mal auf den Balkon verwiesen, versuche den Herrn zu markieren gegen die Kids, die noch auf dem Bürgersteig spielten. Hatte mein Reich mir zusammengebaut mit Hilfe der Höhe, mit Familiendümpen mir den Rücken stärkend, schlau riskierte ich eine Blechbüchse hinabzusenken, so wie man ein Senkblei in den Schlaf fallen lässt, dass sich Ringe breiten, bis ein Junge seine Finger in den Speichelschlup steckte, den ich behutsam hineingeschoben hatte, die Küste fiel in Trümmer. Mechanik am rechten Platz hinter Verletzungen scharf genug, um in die Drähte der Psychologie zu spuren, ein Risiko von Membranen unterhöhlt das Alibi. Soll ich vielleicht das nächste auf Englisch machen? Ja, okay, und ich mache dann das nächste auf Deutsch weiter. Chapter Eleven of Travel. What paths their swift of foot have cut in history and philosophy with distinct genital extensions toward the great plains. A feeling of wings in the air will move understanding so fast distressed undone in search of company to take tobacco and discourse. Whirl of environs exaggerations and limping lamenting lingua franca. Major is there a way? There is no way unscathed og agent er das hängt sich immer an die Überschrift an nicht auf travel log travel agent traveler sticks and stones and swamps and howling wilderness or inside a patient garden and ability to behave intrepid waiting sad career crisp choice methodical muscles learning too slowly to be always in motion because of my uterine heritage and inner heat pushed my knees toward desire and superhuman effort at the risk of getting lost and needing the sucker of savages as if but once they think they live and without shoes into the country's bowels my arms twisted from birth to stay inside and add it up to zero betreffend die himmel und himmlischen lichter will selbige sie anbeten über der eingeräumten kolonialisation die gestirnte blässe wohnt den mächten bei der irrsinnig aus ihren sphären schießen der himmel über alle erde seine göttlichen dimensionen hievent wenn der beschleunigte kreislauf einwirkt auf unsere gedanken geht alt genug der mond in vollem maße unter ein licht das dir nicht in dein gesicht schlägt sondern substantive wie schifffahrt und transzendenz bach hoft nichts befremdliches im pigment schwarz das sich nicht speist unvollständige verfinsterung verdankten seiten sterne felsen stern schnuppen der große western railway schimmernd himmelszeit zählt zölibat eine innere hitze eine entzündung die intimitäten ankündigt dass die augen schmerzen körper die sich dehnen himmlisch beobachtet in feldern liegend häufig gelegenheit und gemessen an ihrem winkel oft bewegungen beobachtet wie hinabgeworfene blechbüchse sichere kurve ganze selbst parabeln des unbeseelten eben diese kinder werden steine schmeißen zum sonnenuntergang hin die uneingeladenen gäste haben gewehre und abgeschrieben die rote haut sie missverstehen territorien als imperativ die die leute oder ja so also ich glaube wir sind schon auch in der zeit fortgeschritten oder es ist relaxed aber wir kommen langsam zum offenen gespräch mit einzelnen zitaten aber du wolltest noch das steht sozusagen was ich jetzt vorlese steht als klappen text auf den auf ein schlüssel zur sprache amerikas und den finde ich aber für diese zeit einfach notwendig dass man ihn hörbar macht ich bin weiß und gebildet ich bin eine frau und eine dichterin dichter werden heutzutage für randfiguren im leben der gesellschaft erachtet von zweifelhaften sozialen nutzen als frau erscheine ich als eroberin im hütchenspiel der archetypen sondern als erobert als kriegsbraut als frau habe ich über die indianischen gesellschaften keine illusionen sie waren keineswegs ideal die kolonisation amerikas brachte die höchst männliche indianer kultur in die position der eroberten frau einen teil des landes das da war um genommen zu werden ich kann mich mit beiden seiten des konflikts identifizieren und und ich bin ambivalent gegenüber jeder seite soweit dieser text und irgendwie aktuell auch glaube ich wenn man das so hört ich finde ich finde dass es sich vielleicht auch so langsam zusammenzieht wie also mir scheint dass rosemary was aus der logik der sache auch verständlich ist sich einerseits in diese extreme abstraktion verankert und andererseits eben sehr körperlich schreibt musikalisch und mit dem ganzen erleben und der sinnlichkeit die beschreibung und dass diese verankerung eben ihre texte so stark macht aber auch eben zu texten die man tatsächlich mit zeit und mit eigenem einsatz durchlesen muss wenn man versucht sie zu erledigen funktioniert das nicht es gibt auch ein gedicht auch wieder in diesem 1972 erschienen die aggressive ways of the casual stranger auch schon ein höchst ambivalenter titel wo sie das wort queer benutzt was ich sozusagen früh finde sie ist ja eine verheiratete Frau und als Couple haben sie diesen Verlag gemacht aber ich glaube dass sie auf ihre Art so eine Art queerness gelebt haben aber das sind Dinge über die man von außen schwer sprechen kann nur etwas in ihrer in ihrem Wissendheit in allen Bereichen scheint mir so etwas zu suggerieren und wie you see yourself mrs. Waldrop if I believe only what I see I bulging breasts heavy belly dwarfed legs queer the way my shoulders run out into nothing but I more commonly play mirror myself opposite my body on an imaginary spot I fill the nothing with the memory of a reflection not bad everything is more beautiful under glass lamps shine more brightly in a room seen from the street so this would be okay except the eye jumps back into my body goes through the tunnels of my skin sees nothing inside only through it to other sides to other surfaces queer the way my body is empty in its skin I want to open open I want to tell you I want to two nice things I have in the work with Rosemary Walltrop have I have told I had Ich hatte mich dann eben an einem bestimmten Zeitpunkt schon entschieden, dass ich dieses Buch, das ich schon lange mit herungetragen habe, von ihr, also dieses ins Abstrakte zentieren. Und dann hatte ich mich ähnlich ernsthaft daran gesetzt, da zu arbeiten dran. Und da kam eines Tages so ein großes Paket bei mir an. Und ich war sehr verwundert und es kam aus Providence, also von Rosemarie. Und Rosemarie Waltrop hat mir manchmal so kleine Pakete, wie die auch, mit drei, vier Büchern drinnen, aber nicht so ein Riesenpaket geschickt. Und ich war also sehr erstaunt und habe es geöffnet. Und was war drinnen? Ein Buch, das sie übersetzt und publiziert hat bei Burning Deck, aber ich hatte nicht die geringste Ahnung davon. Und das Nette war eben, sie saß auch mit derselben Ahnungslosigkeit in Providence, dass ich sozusagen an einer Übersetzung gearbeitet habe, die dann später bei ihr angekommen ist. Und dadurch waren wir so ein bisschen, also mit dieser Übersetzung auch ein bisschen in Korrespondenz. Und eines Tages hat sie mir eben eine Rezension, und da war das Buch schon erschienen, Driven to Abstraction, hat sie mir eine Rezension geschrieben. Und hat eben geschrieben, also es ist mit ihrem Mann jetzt im Augenblick gesundheitlich ein wenig schwierig. Und ich habe mich daraufhin nicht nur bedankt, sondern habe gedacht, ich muss jetzt auch ein bisschen was Persönliches, sozusagen einen Satz dazu schreiben. Und habe geschrieben, ja mir geht es im Großen und Ganzen gut, leider tun meine Augen nicht mehr ganz, was sie wollen. Und da ist eineinhalb Wochen später nochmal so ein Paket gekommen. Und da war dieses drinnen als warme Empfehlung. Ich sollte mir für jeden Tisch in meinem Quartier so eine Lupe kaufen, sie hätte das auch so gemacht. Und mit dieser habe ich dann begonnen, sozusagen. Aber das nur nebenbei, ja. Also unsere Frage war, ob es jetzt noch Interesse, also Fragen gibt zu einem Gespräch über die unterschiedlichsten. Das war ja sozusagen weit gefächert eigentlich auch. Und übersetzen, ob wir uns darüber noch ein bisschen unterhalten sollen. Aber das machen wir jetzt von Ihnen abhängig. Also mitgebracht hätte ich jetzt noch einige Zitate zum Übersetzen. Erst dem Buch, den Rosemary Waldrop, das Rosemary Waldrop über Edmund Chabez geschrieben hat, nach dessen Tod. Und die aber allgemein das Übersetzen reflektieren. Und dann das Buch, das zweite Buch, das ich übersetzt habe von 2019, das ich sehr schön finde. Damit würde ich dann schließen, dass da ein paar Texte Deutsch-Englisch vorlesen würden. Achso, ja, das wollten wir ja dann auch noch machen. Aber bis dahin hätten wir gedacht, dass wir eben über das Übersetzen, generell auch vielleicht über die eigenen Erfahrungen übersetzen von Waldrop, die auch nicht einfach zu übersetzen ist, aber jedenfalls immer so höchst interessante und reiche Probleme bietet. Und eben am liebsten offen, dass auch Fragen vom Publikum sich da einmischen können. Darf ich vielleicht noch ein kleines Zitat von Chabez da anbringen? Das ist ein ganz kurzes Zitat. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Text von ihm. Das Wort gewinnt seine Heraufkunft von dem, der es wahrgenommen hat. Entblößt läuft es Gefahr, zu gefallen oder zu missfallen, beurteilt zu werden, heißt es in einem Postom eben erschienenen Text. Was sollte es im Übrigen anderes sein als ein Denken, das dem Tag entlockt wird? Ich denke und mein Denken erfüllt mich mit Worten. Ich höre und mein Denken erfüllt mich mit Stille. Denn Wort und Stille sind Denken gerade dort, wo sie sich treffen, um ineinander aufzugehen. Das finde ich eine unheimlich schöne Zusammenfassung, was Dichtung im weitesten Sinn für ihn bedeutet, also wo es seine Wurzeln hat. Ich kann vielleicht erzählen, also ich habe lange mich gescheut vor der ganzen Chabez-Geschichte, weil ich weiß, dass ich viel zu wenig über die Franzosen generell weiß, weil ich eine französische Allergie habe, ein bisschen. Aber ich habe dann doch Chabez-Bücher bestellt und zwar in deutscher Übersetzung und war dann das Erste, was ich aufschlug, hieß Hände oder es ging um Hände und es sind sehr, sehr wenige einzelne Wörter auf der Seite mit viel Platz dazwischen und es wird dieses Thema oder dieses Motiv der Hände in allen möglichen Richtungen oder Hinsichten sozusagen mit wenigen Worten beleuchtet oder enactet und dabei in alle möglichen Tiefen von Horror und von Ekstase gestoßen, mit ganz wenigen Worten. Es hat mich sehr beeindruckt, das zu lesen und auch beeindruckt als so eine minimalistische Übersetzungsleistung, die schwer zu verstehen ist, weil es geht ja um ganz wenige Wörter und wenn ich in so einer Situation bin, dann weiß ich, wie merkwürdig es ist, entweder zu segeln zwischen der totalen Manie, wo alles mit Bedeutung aufgeladen ist und fast jedes Wort, das man da hinsetzt, irgendwie extrem toll psychedelisch wird und auf der anderen Seite einer Art banalen Lesart, wo ich sicher bin, auf der Seite des kollektiven Sprachempfindens zu sein, das aber sozusagen stumpf klingt, das eben nicht diesen Sound hat. Und um dieses Problem zu lösen sozusagen, gibt es bei Rosemary, was sie vorher, glaube ich, The Muscle of Method, also oder etwas, eine methodische Muskularität, die auch was mit Sport vielleicht zu tun hat, jedenfalls die Praxis, eine bestimmte Abfolge von Handlungen durchzuführen und sich darauf zu verlassen, dass in diesen sozusagen rituellen Arbeiten Probleme gelöst werden, die man nicht sozusagen mit einem Mal knacken kann, sondern wo man sich selbst auch an die eigene Arbeit immer gewöhnen muss. Sie schreibt dazu einiges, also das erste Zitat war, und wo sie wiederum Nicholas Abraham zitiert, Rhythmisizing consciousness emerges as a fascinated consciousness, subject to a fatal, horizonless future. The use of space, so Waldrop weiter, in the service of consciousness and the magic, the music of sound, this tension establishes its own rhythm, which avoids the pitfall of fascination. Es kam mir dann auch so vor, als würde das heißen, in diesem Schreiben von Jabez und in diesem Übersetzen vom Schreiben von Jabez, dass man immer wieder sozusagen in eine Bewusstheit oder Nüchternheit sich zurückzieht, wie so fast Brennstäbe wieder aus dem Brennen herausziehen, um immer wieder sozusagen etwas passieren zu lassen und das dann wieder zu reflektieren, um nicht in diese Trancen hineinzufallen, die natürlich toll sind, aber die einfach nicht die Nüchternheit ermöglichen, die die Übersetzerin braucht, der Übersetzer. Weiter schreibt Waldrop an einer anderen Stelle, Translation, whose ultimate task may be to bear witness to the essentially irreducible strangeness and distance between languages, but whose immediate task is exactly to explore this space. Wie ich das gelesen habe, hat es für mich geheilt mit dem Timothy Morton, den ich gerade lese, Environmental Philosophy, die auch die Otherness der Umwelt bedroht und gleichzeitig das sozusagen erkunden will oder die Sense of Wonder schüren. Und diese schwierige oder genau diese Aufgabe braucht einerseits, die, glaube ich, im Wort Erhabenheit im Deutschen auch nicht schlecht aufgehoben ist, dass man einerseits etwas möglichst genau wahrnimmt und gleichzeitig auch ständig anerkennt, welche unüberbrückbare Distanz einen davon trennt als Objekt oder als Gegenüber und das auch gegenüber anderen Autoren oder Menschen, die gegenüber sind. She quotes Jabez, It is not only a word you form in writing, you also delimit a moment in your life, he had noted. The matter of words, the matter of your life. Precarious life, since the sign by definition makes common cause with death, which is why Hegel called language divine, not because it eternalizes what it names, but because it overthrows what it names and changes it into something else. It cannot name without separating the object from its materiality. Logic can take care of itself, says Wittgenstein. But the body? Konkret aber die Stelle, wo sie diesen Arbeitsvorgang beschreibt, auf den ich jetzt eigentlich hinaus wollte, lautet, Also ich fange auch ein bisschen früher an, wo sie einführt. This means that. This is that. The pages of the book are doors. The soul is a moment of light. Distance is light. Nouns and nouns. The nouns dominate as they tend to in French. Je suis dans l'impossibilité de venir. The verbs are rarer, especially in the aphorisms. Not absent like the story, but almost. In English, the this is that pattern can get monotonous. I feel I have to turn nouns into verbs or adjectives where I can. Voir, c'est la traversée des miroirs, into to see is to go through mirrors, with of course a loss of rhyme. La découverte de l'ouvrage qu'il écrira, into discovering the work he will write. Dans l'agitation des ombres amoureuses, into when lovers' shadows move. La perennité des tables into the perennial tablets, etc. Das ist jetzt meine Reflexion, aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass im Französischen man gezwungen ist, sehr spezifisch in grammatisch die Person, die sprechende Person, die Zeit und so weiter festzulegen. Da ist mehr Information in den Verben. Während im Englischen kann man Verben auch sehr vage, also auch so fast hinlegen, wie etwas noch nicht mit personellen grammatischen Perversitäten verbunden ist. Deswegen, dass eben when lovers' shadows move, sehr durchaus distanzierte Sache ist. Also mir scheint es eine gute Entscheidung. Along with too many nouns, there are too many copulas, too. Many is and are for my ears when I translate word for word. If the context permits, I cut. God, an endless word, for Dieu est un mot sans fin. True, this makes for a somewhat more elliptical style than Jabez, whose syntax is very classical. However, there are enough passages where Jabez leaves out the copula that I feel justified in doing it just a bit more often. Dans mot à en mot, vide possible, au loin, irresistible. Le rêve en est la compte, le petit, le premier à compte. From one word to another, possible void, far, irresistible. Dream the installment, the small, the first one down. Have I betrayed you? I have certainly betrayed you. But I move with the muscle of English that moves with its verbs where French revels in nouns proper for propositions, for logic. When I say I make Jabez work mine, I do not at all mean adapting him to my style. On the contrary, I want to write Jabez in English, write à l'écoute de Jabez, write listening to his French. My translation process always moves through three stages. I should say four, actually, because there is, of course, a preliminary stage of intense reading which, together with my first round of writing, interlinear, almost word for word, attempts to understand the work. Antoine Berman is right that a translator's understanding is different from a hermeneutical, critical comprehension. It aims more at retracing the author's steps, his creative process, than at analyzing how the finished product fits within its culture. As Valerie puts it, translating makes us try to step into the vestiges of the author's footprints, not to fashion one text out of another, but to go back from this one to the virtual epoch of its formation, to the phase where the state of mind is that of an orchestra whose instruments awaken, call out to one another, try to be in tune before the concert. In the second round, I do not look at the French. I must separate myself from its authority. I treat the mess of the first draft, which is neither French nor quite English, as if it were a draft of my own, though with a sense of the text's intentionality in mind. I try to reproduce, recreate it in English. The importance of this stage of separation cannot be exaggerated, and I am still grateful that I was very early pointed in this direction by Justin O'Brien. In the third round, I go back to dialogue with the French and try to wrestle the English as close to the French as possible. It is hard to say if one stage is more important than the other. Each is only possible once I have gone through the preceding one. I can only write an English text once I have understood the French. I can only get close to the French once I have a text that can stand by itself as a text in English. With Jabez, much of the work at the third stage has been on syntax, on letting the sentences approach again the length of the French ones, on trying to catch the rhythm of the paragraphs. Then it is long um the question of a conversation with the famous three types of translation where we don't have to go on. She speaks a bit ironically and she writes but it is no doubt one source of the value Walter Benjamin places at least in theory on literal word-by-word rendering of syntax which has served as justification for much translatorese I see as editor of a translation series. Ja, vielleicht noch Not only the approach of the book becomes more and more difficult the writer seems less and less sure of what he is saying also da geht es um die Ambiguität und so weiter we go from one perhaps to the next more and more sentences begin with what if or and if and in the later volumes the subjunctive seems almost the maiden mood I am very aware of this because my ear resists many woods in a row the sentences would become heavy the rhythm professorial but the indicative how keep the stance of speculation from turning into assertion into a tone of authority which is exactly what Jabez's mood negates I again decide each case as it comes up varying with perhaps possibly could it be that and that was also my problem that came when I was reading the symptoms from rehearsing the symptoms schon im Titel erscheint das Problem als was das übersetzt wird es hieß dann im englischen Symptome proben hatte ich einmal probiert und am Ende doch substantiviert das Proben der Symptome und das sind auch merkwürdige Überlegungen von Gewichtung wo man fast in Halbschlaf erwägen muss und die Titel von jedem Abschnitt sind eben im englischen wanting doubting knowing doing da habe ich im englischen im deutschen aber die schlichtenden Form genommen der Schlichtheit halber Du wolltest mit Thinking anfangen Ja Gieß du nicht zuerst auf Englisch Soll ich auf Englisch zuerst Ja Thinking I don't think I know how to go about it I sit at the edge of the water as if it were the right place for learning to think as if it were enough to sway with the current or indecision stay walk away give in to the sand dunes fading and falling or a quick push upright if I can't walk might I let might I yet like Parkinson patients be able to dance my brain's incessant activity seems fruitless it can't be thinking I put it on paper to encounter it outside myself an obstacle a wall with a grain with pores where I might discover a pattern then I'm recalled to my body by legs as if pricked by needles how can I think when I can't even see night falling swiftly shifting around me like water can one look at nothing and hope for help is it a matter of rocking with the dark monotonously but I'm speeding or slowing down the long lane where thinking gets lost in layers of dust failing precision failing to see to embrace the goals circling the vast empty space traffic noise borne in on the wind should I take off my clothes nudity being power but would I know my body scattered among memories impossible to hold in the mind all at once if I let the night invade my eyes all the way to the horizon as if it had a body might I then see the cause of my not seeing it might be a beginning I think I think I don't know I don't know how to do it how to do it I don't know always the next one then oh ah yeah okay yeah okay okay also then come Zweifel yeah okay for Aaron Kunin der schon unter diesen Zweifeln wandelte zweifeln wollen als ob es befreiend wäre über weite Strecken spektakuläre Abwesenheit von Hindernissen so dass ich freier atme die Risse in den Mauern akzeptieren die knappe Silhouette aber muss ich Tröstungen abweisen die den festen Wohnsitz um meinen Körper herum die Koordinaten von Wissen Zweifel Glauben vergleichen was wenn zwei oder drei wenn zwei oder mehr Theorien auf die Fakten passen wenn die Fakten in sich mehrfach Perspektiven auflösen werde ich einfachste eleganteste wählen oder die die heimlichen Wünsche erfüllt ich versuche meine Wahl zu rechtfertigen ohne das Feld auf bloße Oberflächen Erosion zu verringern und frage mich wird Zweifel meinen ganzen Körper füllen oder wird er sich in eine Modulation öffnen die etwas was nicht existiert nicht dass ich zerstören ironisieren auch nur die Tür zuschlagen will ich bezweifle dass es nützlich wäre mich selbst zu erkennen ich bezweifle dass ich den Zweifel entkommen kann dass ich meine Arbeit beenden kann oder auch nur beginnen da ich mich dem Anschein von Arbeit nur selbst betrogen habe ich bezweifle dass die Stücke zu einem Prisma zusammenschmelzen werden für Begehren oder andere Gefühlsformen ich bezweifle nicht dass ich sterben werde ich bezweifle wenn ich in Providence bleibe dass es zur Beerdigung gutes Wetter geben wird das ist ein guter Schluss ja okay ich habe das Gefühl dass wir schon lange sprechen die zeigen wir auch von Wien aber man kann das Buch gibt es da am Büchertisch das kann ich sehr empfehlen weil es ein neues Buch ist und für mich ein sehr guter Einstieg in Ihre Arbeit gewesen ist ja ich glaube wir bedanken uns für so eine lang andauernde Aufmerksamkeit ja natürlich wenn es die Fragen gibt das ist angewendet es nachzumachen vielen Dank dem Publikum grüße nach Providence das ist falsch wo es mir wollte tatsächlich tatsächlich ja tatsächlich das ist ja